Kommen zu Part 18 mit Percy. Yo, hier ist Percy Jackson. Dann machen wir mal. So, wie geht das jetzt hier weiter? Jo, Moment. So, viel Spaß. Perfekt, dann wollen wir mal. Und speichern erstmal. Warte, das war peppig auf. Soll ich über... Will ich Essen schon bestellen? Nee. Dann machen wir das danach. Jo, erstmal aufwetten. Ist auch erleichtert, dass wir jetzt alles geschafft haben. Ja, noch nicht. Hier kannst du speichern. Mein treuer Helfer speichert jetzt. Und nachher genießen wir noch die Sonne. Wie weiter geht's. Na ja. Ja. So, dann wollen wir mal. Der alte Sack ist weg. Gott sei Dank. Hast du schon Blitz aktiviert? Da brauchen wir keinen Blitz hierfür. Da sind jetzt ganz viele Gegner. Was musst du jetzt da alles genau machen? Ich muss umschreien. Mit jemand sprechen, ne? Ja, wir kommen bald... Ja, bald 18 dann. Jo. Viel Spaß. Wir haben schon alle Dragonnier da. Aber das ist jetzt lange? Keine Ahnung. Wir setzen jetzt Schutz ein. Ja, warum willst du keinen Dragonnier haben? Oh, ganz erfangen. Komm, Ipargato macht das doch alles hier. Ja, stimmt. Wenn wir mit einem Pokémon alles jetzt durchgespielt haben, das ist schon... Dann haben wir ja wirklich. Das ist schon eine Kunst. Ja. Ipargato lässt mich nicht in den Stich. Nee, da wollen wir den Schutz anholen. Jetzt ist das nicht, aber können sie machen. Krass, dass man erst durch die Drachenhöhle, dass man dann erst den Orden kriegt. Der Wahnsinn, ne? Meinen hier runter? Und macht's jetzt Bock? Bersi? Hier ist das Schreien. Wollen wir mal. Oh. Falsch. Der Wahnsinn. Das weiß man ja vorher nicht, ne? Diese Musik geht mir dezent auf den Sack. Wirklich. Ja. Ja, ist schon nervig. Gut, dass wir Whirlpool haben. Das hätten wir ein Problem. Hier. Ach, so. Schön, dass du da bist. Du musst nicht erklären, warum du hier bist. Sandra hat dich geschickt, oder? Sie ist eine wirklich... tut mir leid, aber ich muss dich prüfen. Keine Angst, du musst nur einige Fragen beantworten. Fertig? Was bedeutet dir Pokémon? Kumpel. Oh. Ich verstehe. Was hilft dir im Kampf zu gewinnen? Training. Oh. Ich verstehe. Gegen welche Art Trainer möchtest du kämpfen? Jeder. Oh. Ich verstehe. Was ist beim Training von Pokémon am wichtigsten? Liebe. Oh. Ich verstehe. Starker Pokémon, schwache Pokémon. Was ist wichtiger? Beides. Ich verstehe. Du kümmerst dich von Herzen und Pokémon. Sehr löblich. Überzeugung ist wichtig. Esch. Mach weiter so. Ich treffe dich dann bei der Pokémon-Liga. Ah, Sandra. Wie? Es ist gelaufen? Ich muss nicht danach fragen. Du hast versagt. Wie bestanden? Das kann nicht sein. Du lügst. Sogar ich habe es nicht geschafft. Sandra, dieses Kind ist tadellos in Geist und Talent. Gestehe deine Niederlage und übergib den Drachenorten. Oder soll ich das Siegfried erzählen? Ich verstehe. Hier. Das ist der Drachenorten. Jetzt nimm schon. Er ist ein Held der Drachenorten. Von nun an können deine Pokémon die Fähigkeiten Kaskade einsetzen. Ferne werden dich an alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslose Gehorchen. Genau. Wir haben uns den Vorschlag gegeben. Sandra, dieses Kind spiegelt das wieder, was dir noch fehlt. Ja. Du hast mich aber auch gerade unterbrochen, was ich sagen wollte. Ich nehme doch auf. Ja, ja, aber ich wollte gerade was sagen. Wir haben uns gerade Faust gegeben, weil wir das geschafft haben. Ja. So, meine Friends, wir haben den 8. Orden. Und beim nächsten Mal sehen wir uns beim Ho-Oh. Leute haut rein, schönes Wochenende und bleibt gesund. Tschau.